ist wir wissen jetzt immer noch nicht wirklich wo wir hin müssen also und ein schlüssel haben wir ja noch ein schlüssel haben wir ja noch und ein brauchen wir noch den adler schlüssel bei geier schlüssel kann auch wieder ist der wunderschlüssel aber benutzen schleim schlüssel und den wurm schlüssel dem masken schlüssel diesen schlüssel hast du den alten ruinen gefunden haben wir noch nicht alle gadgets sonst fehlen auf jeden fall noch vier gadgets drei instrumente und schlüssel waren die ruinen die hier die hier oder wie wir brauchen wir den adler schlüssel auf jeden fall gibt es auch noch ein herz da oben hier aber da weiß ich noch nicht wie wir hinkommen der ruinen ja Opa. Das war's für heute. Das war's für heute. Also einen Schlüssel haben wir hier gefunden. Hier in dem Ding. Hier. Gehen einfach mal zurück. Weil diese Marina ist auch nicht mehr hier. Oder Marienix. Oder keine Ahnung wie die heißt. Mal bei hier. Und dann können wir da oben nochmal in den Bergen gehen. Da tust du es da auch nicht ohne Grund da. Die wieder da unten ist. Ahem. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich versuche erstmal die Tante. Ich versuche erstmal die Tante. Wir können mal in die alten Ruinen gucken gehen. Klar, aber machen wir gleich. Okay, wir gucken mal, ob wir das Herzteil da noch drappen können. Ich versuche erstmal die Tante. Ich versuche erstmal die Tante. Hier sieht auch noch aus wie ein Tempel. Ich versuche erstmal die Tante. 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 das war ein ganz guter ausbeute also tatsächlich schon gelohnt aber so alleine für das herz teil aber die kiste unter derzeit erreicht das sind wir nämlich direkt hier unten für mich mit unserem fluss verlangen fahren dann wird sie ab sein und Das war's für heute. Das war's für heute. Aber die Flöte, wir können uns ja direkt teleportieren. Da brauchen wir nicht mal mehr zum Teleporter rennen. Das ist wieder Cloudy. Wollten wir nur noch mal präsentieren. So, warte, die können wir ja eigentlich mal ansprechen. Ist das so typisch Cloudy? So, hier haben wir ja mal eine Telefonselle. Die müsste uns ja etwas Neues sagen. Ja, theoretisch, ne? Nerdlich von Zoodorf. Hier dann. Das war's für heute. Was sind denn hier eigentlich die zwei Wachen? Was finden die denn hier für eine Rolle? Das war's für heute. 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 Das müsste jetzt der richtige Schlüssel sein, Team. Ja. Servus, Metal-Leute. Ich bin's. Und der Mittagott gibt es bei mir Feuerwerk. Cool. Hat genau gepasst. Noch ein Tempel. Really? Oh. Was sind das für komische Geier? Das Fegefeuer mit euch. Was sind das für komische Geier? Was sind das für komische Geier? Was sind das für komische Geier? Okay. Okay. Wir heben uns den Teppel für nächstes Mal auf. Das ist mir zu stressig. Da weiß ich, da sitze ich jetzt wahrscheinlich wieder eine Stunde dran. Und machen wir beim nächsten Mal. Der übersteigt sonst den Rahmen. Aber reicht ja auch. Meine Damen haben ja trotzdem ein bisschen was geschafft heute. Ähm.